Und einen ordentlichen BH musst du natürlich anziehen. Wirst sehen, jetzt ist dir bald nimmer wurscht, was die Burschen von dir denken. Alter. Was ist das? Ich will nimmer nur den Haarer sein. Ich will mit dir zusammen sein. Morgen. Morgen. Hast du geraucht? Nein, sicher nicht. Ich verstehe echt nicht, warum du mit weiter Wichsern an meinen Hand hängst. Du bist gar nicht wie dich. Du musst aufpassen, weil sonst willst du irgendwann selber ein Wichser. Wo warst du gestern? Ich hab gesagt, dass ich lernen muss. Ich verorsche mich nicht, wo warst du. Danke für die Einladung. Was heißt das? Stirb und werde. Ich glaub, das hat eigentlich alles mit Angst zu tun. Also, dass man nur frei sein kann, wenn man seine Angst überwindet. Aufmerksamkeit. Und v